Was Strukturvariablen sind und wie man diese NC-Programm einsetzt, habe ich in einem vorherigen Video an einem einfachen Beispiel gezeigt, in dem es um Datenpunkte ging, die als eine Struktur bestehend aus Zeitstempel und Messwert repräsentiert und verarbeitet werden sollen. Dieses Beispiel greife ich hier noch einmal auf und erkläre daran, wie Strukturvariablen als Funktionsparameter übergeben werden können. In diesem Zusammenhang wird es auch um Pointer auf Strukturvariablen gehen, wobei ich dann einen neuen Operator für die Dereferenzierung von Strukturen erkläre. Wir starten zunächst einmal mit einem Ausschnitt des Programms, das ich im letzten Video für die Erklärung von Strukturvariablen erstellt habe. Hier haben wir also die Strukturen für einen Datenpunkt mit der Bezeichnung Dataset und die Struktur für eine Datenreihe mit dem Namen Dataseries mit ihren jeweiligen Membervariablen. Im Hauptprogramm wird eine Variable vom Typ Dataseries deklariert und teilweise initialisiert und die Datenpunkte dieser Messreihe werden hier in einer Vorschleife zu Demonstrationszwecken mit fiktiven Werten befüllt. Darunter erfolgt dann eine Ausgabe der ersten 10 Werte dieser Messreihe. Um jetzt zu untersuchen, wie sich Strukturvariablen bei der Übergabe als Parameter an Funktionen verhalten, lagern wir die Simulation dieser Messwertaufnahme in eine neue Funktion aus, die ich Init Dataseries nenne. Hier habe ich jetzt also zunächst einmal den Code für die Initialisierung der Datenpunkte in diese Funktion kopiert und jetzt rufen wir aus der Main-Funktion diese Initialisierung auf und schauen uns zunächst einmal die Ausgabe an. In der Ausgabe sehen wir nun, dass die Werte unserer Variablen als Data wohl doch nicht initialisiert wurden. Der Grund liegt einfach darin, dass wir diese Variable als Wertparameter übergeben haben. Das heißt, in der Funktion InitDataSeries wird also eine Kopie der Struktur, also jeweils eine Kopie der Arrays vom Typ Dataset und vom Typ Char erstellt und in der Funktion wird dann eben mit der Kopie der Werte gearbeitet. Hierin sieht man, dass sich eine Strukturvariable bei der Übergabe in dieser Form hier wie eine ganz normale Variable verhält und nicht etwa wie ein Array, das hier als Pointer übergeben wird. In unserem Fall bei der Funktion InitDataSeries wollen wir ja aber, dass die Werte der Variable in sData beschrieben werden und eben nicht die einer Kopie davon. Also müssen wir unsere Funktion so ändern, dass wir einen Pointer auf die Strukturvariable übergeben und eben nicht die Kopie. Da d jetzt also nicht mehr eine Variable vom Typ Dataseries ist, sondern ein Pointer darauf, müssen wir beim Zugriff auf die Member-Variable zunächst eine Dereferenzierung vornehmen. Hier können wir wieder den Dereferenzierungsoperator verwenden. Dabei muss man jetzt aber beachten, dass der Punktoperator für den Zugriff auf die Member-Variablen einen Vorrang gegenüber dem Sternchen als Dereferenzierungsoperator hat. Daher muss man also hier Klammern verwenden, um zunächst die Dereferenzierung vorzunehmen und dann kann man mit dem Punktoperator auf die Member-Variablen zugreifen. Wenn wir die Funktion also so geändert haben, müssen wir natürlich beim Funktionsaufruf die Adresse unserer Strukturvariablen übergeben. Und in der Ausgabe sehen wir jetzt also, dass die Initialisierung auf diese Weise funktioniert. Für die Dereferenzierung von Pointern auf Strukturvariablen gibt es noch eine zweite Möglichkeit, weil dieses Konstrukt hier mit dem Sternchen und den Klammern etwas umständlich ist. Und diese zweite Möglichkeit sieht so aus. D ist also noch eine Variable vom Typ Pointer auf Dataseries und mit diesem Pfeil hier kann dann also auf die Member-Variable der Struktur zugegriffen werden, auf die dieser Pointer zeigt. Dieser Dereferenzierungsoperator ist bei Strukturen schon ziemlich wichtig, da man häufig Strukturen als Referenzparameter übergibt. Selbst wenn man vielleicht innerhalb einer Funktion nur lesend auf die Werte zugreift und damit auch eine Übergabe als Wertparameter möglich wäre. Der Grund liegt darin, dass der Zeit- und Speicheraufwand bei einem Call-by-Reference in der Regel viel geringer ist als beim Call-by-Value. Wenn nämlich die Strukturvariable ziemlich groß ist, müssen bei der Übergabe als Wertparameter ja zunächst erstmal alle Werte kopiert werden und der Speicherplatz dafür eben reserviert werden. Und nach Abarbeitung der Funktion muss dieser Speicherplatz auch wieder freigegeben werden. So, das ist also schon ziemlich aufwendig und bei der Übergabe als Referenzparameter entfällt dieser Aufwand und es wird lediglich eine Adresse übergeben, die eben auf 8 Byte beschränkt ist. So, dieses Beispiel, was ich hier angeführt habe, soll aber nicht den falschen Eindruck erwecken, dass die Dereferenzierung bei der Struktur nur dann nötig ist, wenn diese als Übergabeparameter verwendet wird. Dazu soll dieses Beispiel jetzt hier noch ein weiteres Mal ergänzt werden und zwar soll in der Struktur Data Series noch eine Member-Variable hinzugefügt werden vom Typ Pointer auf Dataset. Das ist also ein einzelner Datenpunkt, der zum Beispiel eine Referenzmessung für eine Datenreihe bedeuten könnte. In der Main-Funktion erstelle ich nun noch einen Datenpunkt, den ich der Datenreihe noch bei der Initialisierung als Pointer übergebe. So, und jetzt gebe ich noch die Werte dieser Referenzmessung aus, wobei ich aber über die Variable sData darauf zugreife. Da REF eine Member-Variable von Data Series ist, kann ich hier über den Punktoperator darauf zugreifen. REF ist aber ein Pointer auf eine Variable vom Typ Dataset. Um also auf die Member-Variable hinzugreifen zu können, muss REF zunächst einmal dereferenziert werden, was ich dann hier mit dem File-Operator gemacht habe. Dach! Dach! Untertitelung des ZDF, 2020